Aben, Aben Maria. Fö und Alpen, Leute und Land. Gott schütze und zackne seine Hand. Oben und Pahra. Aliv und Zell. Ich bin eine Person, die das ein wenig braucht. Also ich wäre jetzt eine Keine, die auf dem Kanne behökeln und etwas lesen bin ich jetzt nicht so. Ich war früher schon Bewegungsmensch. Ich bin gerne in der Natur. Für die Landwirtschaft oder einfach für die Menschen, die mit der Natur leben. Einfach das Verständnis, wenn ich das Gefühl fällt, manchmal schon ein bisschen. Was für die Saugosmo eigentlich da nett ist, um das so beibehalten, da in der Schweiz, wie das jetzt nicht ist. Ich denke, da gibt es manchmal schon Menschen, die ich manchmal sage, hey, ihr habt keine Ahnung. ich bin ihr habt. Ich bin ja nur da geist. Ich bin ja, der Christoph, um das ausreichende Einstieg der Welt. wie das vor allem ist. Ich bin ja auch noch nicht mit der Welt. Dafür bist du ja gar nicht.